Nummer 8 ist der DeLonghi Pinguino Puck X130 CST Wi-Fi. Dieser smarte Pinguino vereint Power und Technologie. Mit 13.000 BTU pro Stunde sorgt er auch an den heißesten Tagen für angenehme Temperaturen in deinem Zuhause. Die MyEcoRealFeel-Funktion passt die Temperatur und Luftfeuchtigkeit automatisch an deine persönlichen Bedürfnisse an und spart gleichzeitig Energie. Steuern kannst du das Gerät bequem von überall aus mit der DeLonghi Comfort App. Optional kannst du es per Fernbedienung oder per Sprachsteuerung mit Alexa und dem Google Assistant steuern. Mit der Geo-Fencing-Funktion kannst du den Pinguino so einstellen, dass es sich automatisch einschaltet, wenn du dich in der Nähe deines Zuhauses befindest. Die Cool Surround-Technologie sorgt für eine gleichmäßige und zielgerichtete Luftverteilung im Raum. Da die Sensoren dafür in der Fernbedienung verbaut sind, sollte sie dafür in deiner Nähe liegen. Wie auch die PAK 3900X von Trotec erreicht das Gerät einen EER-Wert von 2,6. Insgesamt ist die Klimaanlage sehr gut für mittelgroße und große Räume bis 120 Kubikmeter geeignet. Alle nötigen Zubehörteile für die Montage sind im Lieferumfang enthalten. Wenn du eine hohe Power und die Bequemlichkeit der modernen Technologie schätzt, ist dieses Modell ein Blick wert.